Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was machst du denn hier? Ich ziehe ein, ich lass dich nicht allein Du bist vollkommen irre Du kannst dir doch egal sein Ich will wissen, was du noch machen willst, hier, bevor du stirbst Das Grabbesuchen von Albert Schweitzer, du musst nochmal lesen, das Gesamtwerk Wo ist das sein, mit dem ich mich aufwenden kann? Mir gefallen einfache Dinge, die sind nicht einfach, die sind ödel Du suchst was aus, ich such was aus und der jeweils andere macht's Ich steig in kein Flugzeug, ich war nicht Hier wird nicht verhandelt, wenn du verhandeln willst, schreib dich bei der Gewerkschaft ein Ich bin längst in der Gewerkschaft Verdammt Es kommt Ihnen wahrscheinlich verrückt vor Aber ich bin überhaupt nicht krank Sie sind überhaupt nicht krank Die Wahrheit ist, er ist krank Also was machen wir? Was wir jetzt machen? Wir feiern Hauen auf die Pauke, machen Party La Fiesta Mein Liebling, wie geht's? Seid ihr zwei betrunken oder was? Auf irgendwas musst du doch Lust haben Dinge, die wir gemeinsam machen können Er hat ein Recht drauf, es zu wissen Was bringt ihm das? Es ist nicht dein Leben, Matthias, es ist seins Sie haben Mist gebaut, aber Sie waren da Würde ich dich nicht kennen, wäre es für mich schwer vorstellbar, mit dir befreundet zu sein Sie haben alles aufgegeben für Cesar Du siehst gut aus Sag mal, findest du nicht, wir sehen wie Idioten aus? Schon, Idioten in geilen Klamotten Du siehst gut, wir sehen wie es